hey leute grüßt euch ich brauche kurz eure hilfe wir sind ja ich bin ja sehr weit vorne dran wir haben jetzt den zwanzigsten zehnten ok ich möchte schon gerne dass wir unsere streams was wir abgestreamt haben was live war oft wird dass ihr das sagen wir mal zwei drei tage nach dem live stream auf wird zu sehen bekommt also müssen wir einiges aufholen meine frage ist jetzt ihr könnt wollten indem ihr ein like gibt oder in dislike und like gebt ihr mir wenn ihr zwei streams am tag sehen wollt oder dislike wenn ihr vier streams am tag sehen wollt ok gleich melde ich mich noch mal und dann kommt die nächste umfrage